Ayo Sykes hier und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal und diesmal lustigerweise BO4 und man sieht schon im Hintergrund nicht alleine einmal mit Patrick und Daniel! Jo, was geht Leute? Ja Moin! Ja Moin! So wir haben vorher gerade ein bisschen gesniped und generell einfach ein paar, ja, alle gegen alle gemacht 1v1 ist ja nicht, 1v1v1 und dann sag ich mir so, okay, Stockenstein ist reinkommen in die vorgestellten Listen und dann gucken wir doch mal, ob es auch in den eigenen Spielen drin ist, ist es! Und wir haben Kali schon eine Runde gespielt gehabt und zwar doch recht lustig, muss ich sagen deswegen dachte ich mir, okay, komm, mach ich noch eine Runde, ich nehm das Ganze auf und lass es ganz einfach hoch, weil ich meine, ihr würdet es sonst jetzt nicht sehen Da würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich wieder Stockenstein, ich hab's vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich auch Oldschool Map, Grind Man kennt ihn Ja, ich werde nicht scheitern, das hoffe ich, auch vorher nur knapp gewonnen Wird witzig Wird witzig Auf jeden Fall Okay Dann euch mal ein viel Glück, ne So, dann wünsche ich dir auch Viel Glück euch Geht euch wieder gut los Auf jeden Fall Ah! Damn! Er kommt direkt mit Tom auch Er kommt, Daniel kommt direkt mit Tom auch Ich komm mal, Bruder muss los Er kommt, der mit Tom auch, kommt die Ecke Pfff Gut, noch, noch juckt es mich nicht Das geht schon mal gut los Denk ich mir auch gerade eben Nein, er schlägt Ich wollte mal schon mal aufheben Hallo Na, Schnurgi Patrick, Patrick, ich hab ein Geschenk für dich Nein, will ich nicht Nein, will ich nicht Nein, will ich nicht Komm her, ich hab ein Geschenk für dich Jetzt komm her Nein, ich will's nicht Oh, meine Tom auch Tom auch Tom auch Ich glaub's nicht Doch, du willst Ja 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 Ich hab keinen Tom auch Ich hab keinen Tom auch Ich krieg von Daniel Tom auch gedrückt Ja, moin Wo dann muss los Ich was gar nicht Sagen, mir gefällt es Valistic knife mehr Oh, Patrick Patrick Patrick, 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 Patrick Nein Ich will nicht Ja, ich hab Daniel getroffen War das Tom War das Ach, scheiße Mit das war die Tom auch Nein Ah Du knifst es Nein Nein Wo ist Wo ist Ah, ich hab's eingel... Oh, ich hab's schon wieder aufgesammelt Nein, geh weg Geh weg Geh weg Nein 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 Ab die Bruder, du musst Los Nein Übertragen Feind dann Los Bruder Nein Er wird wieder zurück Er wurde geräumt Jawoll Schön, dass da... Ich hab dich gegenseitig Oh Je Nein Nein Du bist hinter denn in das Boot? Ja LOLL Matchmaking Also Spawn Point On Point Au Ja Wär immer zu lassen, leider Nein Oh Ja Warte mal, ich hab's Ich hab's nicht mehr Oh Zum Glück Zum Glück Ich hab's Oh Oh Ja Ja Oh Oh F*** dich Nein Ja 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 Nein Nein Ja 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 ok 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 ich hab null punkte gehabt und wer ist der glückliche gar keiner komplett lost verzieh dich mit dem scheiß tomahawk ich hab immer noch mal punkte gehabt das süß hast du mich mit deiner tomahawk getroffen komm her komm her komm her oh er hat's tomahawk rausgeholt gehabt ne er hat eisreise tomahawk rausgeholt gehabt da kommt safe einer da kommt safe einer da wäre der aus der drehung geworfen deswegen hab ich ein bisschen verzogen du bruder muslo alles klappert danke wie sich einfach aus tomahawk und der scheiß plastic knife gleich anhört wenn man getroffen wird davon hey ich hab mein dreck paras alter ok zwei minuten laufen an kommt schon das kriegen wir kriegen das noch hin es kann doch nicht sein dass im ersten bo4 video was ich überhaupt ohne lade dreck verlieren kann doch nicht sein dann werden wir werden nicht mehr der tomahawk getroffen ich okay in das kann nicht sein. Nein, 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 nein. Wo, 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 wo? Nein, ich hab rausgeworfen. Ich hab rausgeworfen! Nein! Fuck! Hmm! Daniel! yer is come on! Daniel? Jaaa. Wir müssen was tun. Ich weiß, dass geht so! JA, wir müssenua— NEIN! Ich tump at me soА leid. 10, Napier! Von weeg, es tut dir leid, Alter! ich konnte nicht mal meine patrick wir müssen was tun machen aber was tun hast du gerade ein handy gegeben ja 35 sekunden das müssen wir am arsch am arsch nein 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 ich bin der falsche rennt er schon wieder weg der falsche das ist doch mal gar nicht lord man ist doch das signal oder muss los elbe voll verhängt da ist also schön ich bin ein gutes game gewesen finde ich auch wenn ich glaube man könnte vielleicht so was öfter machen vielleicht mit ein paar anderen noch dazu weil mehr leute macht mehr spaß am besten gleich eine volle lobby am besten das wäre natürlich auch gerne aber ich glaube damit verabschieden wir uns auch und ich denke man hört sich demnächst wieder rein ich hoffe ich gefällt das video lasst ein like da und ein abo kein kommentar da liebe geht raus macht nicht gut macht besser ja 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 ja